Die Spedition Freund hat sich schon kurz nach der Unternehmensgründung im Jahr 1954 auf den Transport, die Lagerung und das Handling von granulierten, pulverisierten und staubförmigen Gütern spezialisiert. Heute besteht der junge und moderne Fuhrpark aus mehr als 150 Zugmaschinen und 300 Aufliegern verschiedenster Bauart, womit jederzeit auf die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Kunden eingegangen werden kann. Die Flotte besteht aus schadstoffarmen LKW der Emissionsklassen Euro 5 und Euro 6. Die Fahrzeuge sind mit Navigationssystem und GPS-gestütztem Flottenmanagement ausgestattet. Die Spedition Freund betreibt Niederlassungen im rheinischen Kärtentürnich, in Quais nahe dem mitteldeutschen Chemiedreieck, in Runcorn, Großbritannien und Raren in Belgien. Die neueste Ergänzung des Fuhrparks sind die Modelle des Volvo FH16. Neben dem Notbremsassistent und der Abstandskontrolle gibt es viele neue Assistenten, die das Fahren sehr viel sicherer machen. Bei der Entladung in das freigeschaltete Silo schließt der Fahrer den Schlauch an das Silo an. Dann wird der Kessel mit der Werksluft unter Druck gesetzt und angekippt. Das Produkt strömt dann durch den Schlauch ins Hochsilo. Die Dauer des Vorgangs variiert je nach Produkt. Um Verunreinigung zu vermeiden, sind alle Hochsilos mit Spülköpfen zur Reinigung ausgestattet. Im umgekehrten Fall, das heißt bei der Beladung aus dem Hochsilo, wird das Hochsilo mit Druck beaufschlagt und das Produkt fließt durch die Leitung in den sorgfältig angeschlossenen Schlauch in den Kessel. In Kärtentürnich befinden sich Hallen- und Freilagerflächen sowie die Hochsiloanlage mit der Möglichkeit von Umschlag-, Zwischen- und Langzeitlagerung. Zur Verfügung stehen 30.000 Quadratmeter gedecktes Lager, 34.000 Quadratmeter Freilager, 10.000 Kubikmeter Silolager sowie die Möglichkeit zur Lagerung in 30- und 40-Fuß-Containern. Das Unternehmen hat sowohl das Equipment als auch das Know-how, um allen ihren Ansprüchen und dem fachgerechten Handling ihres Produktes gerecht zu werden. Sowohl die Silierung von Big Bags und Sackware wie auch die Be- und Entladung durch die Siloanlage gehören zu den täglichen Aufgaben. Am Hauptsitz in Frechen betreibt die Spedition Freund einen eigenen Fachbetrieb für Wartung, Prüfung und Instandsetzung. Hier wird die monatliche Inspektion der Fahrzeuge durchgeführt und mit einer speziellen Prüfplakette dokumentiert. Zum Fuhrpark gehören eigene Bergungs- und Servicefahrzeuge, um im Ernstfall schnellstens eingreifen zu können. Die meisten der zu transportierenden Produkte erfordern ein rückstandsfrei gereinigtes Equipment mit Reinigungszertifikat. An den Standorten in Frechen und Quais betreibt die Spedition Freund nach SQAS zertifizierte Silo-Reinigungsanlagen, die dem Deutschen Verband für Tankinnenreinigung angehören und daher berechtigt sind, das ECD-Reinigungsdokument als sichtbare Dokumentation einer qualitätskontrollierten, hochwertigen Reinigung auszustellen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017